Als ich die Ballbühne in Berlin spielte, gab es 20.000 Menschen da im Silenz. Das war sehr memorabel. Die einzige Art und Weise, die bei mir besonders ist, ist, dass ich mich sehr orientiere an tonaler Musik als an atonaler Musik. Da kann ich wirklich stundenlang rumlaufen und mir aussuchen, was eventuell so klingen könnte. Für mich, der Moment, in dem ich mich gefragt hatte, was ich am meisten machen sollte, und an diesem Punkt, als alles schwarze, war das Piano. Und es machte mich zu spielen, die ich nie in meinem Leben habe, in meinem Leben zu spielen. Wenn ich manchmal hören, dass neoclassical Musik ist, easy-lisening Musik ist, sehr oft bin ich agree, weil es ist Musik für Meditation gemacht. Es macht dich nicht denken, es macht dich nicht denken.